Hallo und herzlich willkommen zurück bei Empyrean Galactic Survival und bei mir ist wieder mit dabei MC Möre von Möres Monitor. Ja, Mahlzeit zusammen. Hier ist es schön, unsere Felder wachsen und gedeihen und wir haben einen flugfähigen Escape-Port, aber er kann fliegen, also ist schon mal ein Fortschritt. Ja, also normalerweise nur als Rettungskapsel gedacht, um hier irgendwie heiler auf dem Boden zu landen, aber wir haben ihn wieder so weit gekriegt, dass wir damit auch durch die Gegend fliegen können. Ja, von dem her gar nicht mal so schlecht, ja. Ja, das haben wir auch vorzumachen in dieser Folge, allerdings warten wir noch bis wieder Tag ist, damit man ein bisschen mehr sieht, weil so ist das ja dann auch ein bisschen blöd, ne? No way. Der Planet ist schon relativ schön und da sollte man dann doch irgendwas sehen. Das wäre vielleicht etwas hilfreicher. So ist es. Ich warte nochmal darauf, dass hier unser Fleisch vergammelt, aber es ist immer noch nicht vergammelt. Ich will hier noch ein bisschen Feldererweiterung machen. Ich habe auch gerade schon mal was geblückt, was wir noch hatten, weil man muss hier schon ein bisschen konstant jetzt erstmal dranbleiben mit der Essensherstellung, weil sonst haben wir nämlich nachher ein Problem. Ja, ich werde dementsprechend noch Sauerstoff wiederholen. Also, dass ich jetzt schon mal gerade direkt merke, es kam jetzt nochmal wieder ein Update und die Crafting-Geschwindigkeiten sind doch deutlich erhöht worden. Also, dass man merkt, dass es schneller geht. Hier zum Beispiel das Brot, das war jetzt gerade Phase Pünnchen und dann haben wir noch dreimal Popcorn und einmal Space Fries. Kann das sein? Ne, das ist ein Pumpkin. Ein halber Pumpkin ist das noch okay. Okay, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Fand ich persönlich aber auch nicht so schlimm. Ja, die Crafting-Zeiten selber, die haben mich jetzt auch nicht sonderlich gestört. Natürlich, wenn man jetzt einfach nur hier vorsteht und das craftet, dann ist es natürlich nicht so sonderlich spannend, aber, naja, es hat jetzt auch nicht Ewigkeiten gedauert. Es war halt Beschäftigungstherapie zum Teil. So, das kann also in den Kühlschrank, den wir dem neu hier nebengestellt haben und ich bin zu doof, mich daran zu ändern. Da muss auf jeden Fall... Klappt immer noch. Mit dem Inventar? Äh, ja, das genau. Den Inventarfehler bisher tritt er noch nicht auf. Ach, er tritt noch nicht auf. Ich dachte, der ist schon wieder da. Ne, ne, ne. Er hat das letzte Mal schon eine Aufnahme nicht aufgetreten. Und, ja, bisher nur im Livestream. Mal gucken, ob das dann irgendwie so, ähm, Spiel, ähm, na, Spielstand gebunden irgendwie ist oder so. Werden wir dann sehen. So, ich hole nochmal Wasser. Oder warst du gerade Wasser? Ja, ich, ich war grad. Ich hab hier sieben Fläschchen, hab ich dabei für dich. Ja, äh, wo soll er? Ah, da hinten ist er. Äh, soll ich das in die Schüssel renntun? Ja, ja, klar. Einfach ins Klo gießen. Haha, wie immer. Da sind ja schon 19 Stück drin. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Also, ich mein, klar, wir können das auch einfach so reinschrauben, um ein bisschen Stamina, glaub ich, was zu bekommen. Aber das ist jetzt eigentlich nicht sonderlich wichtig. Also bisher ist die Stamina, finde ich, jetzt kein wichtiger Punkt hier drüber geworden. Also, höchstens, wenn man wirklich längere Strecken laufen möchte. Aber dann macht man das schon. Ich werfe da mal alles eigentlich rein, was ich jetzt gefunden habe, jetzt so zum Essen, packe ich da mal rein. In den Kühlschrank? Äh, ne, in die Schüssel. Naja, ich war ja nämlich auch gerade, also hat nur was reingetan, deswegen bin ich hier extra rausgegangen. Hattest du schon reingetan alles? Hm, ja. Achso, okay. Weil du sagtest, du wirfst das... Ah! Das gute Fleisch ist vergammelt. Sehr gut. Wir können also nochmal fünf neue Nutrition zum machen. Okay, ich mache jetzt hier mal ein paar hundert Halb-Locks. Und dann bauen wir mal hier ein bisschen die Base aus. Ey, genau, das wird's mal nicht alles verwurscht hat irgendwie zum Ausbau. Ich finde, bis jetzt ist das noch ein bisschen jämmerlich, was wir hier haben. Das ist eher so eine, ja, so eine Plattform irgendwo im Nirgendwo, ohne Schutz von oben und von der Seite. So, das nächste Mal müssen wir dann noch irgendwas herstellen, was wir noch nicht haben. Ja, 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 ich komme so langsam meine Planung hinter. So, das ist jetzt erstmal am... am Craften. Was haben wir hier denn? Ach, du hast Alien... Zeug Lemon gefunden. Spike Lemon, Spike. Entschuldigung. Alien Spike Lemon, was kann man mit ihr denn machen? Hm. Gibt's das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Find's bald Floor zu. Vielleicht kann man die einfach nur so essen. Äh... Wow! Nee, doch nicht. Oder doch? Siehst du, ich sag nicht. Das muss ich jetzt ausschauen. Die haben anscheinend auch gepatcht. Das werden wir hier außen einen Block setzt. Nee, doch nicht. War Einbildung. Falscher Larm. Ja, wir könnten noch einen Zwischensäule machen, sehe ich gerade. Den können wir auch immer... ja, den können wir natürlich jetzt noch nicht machen. Ich vergesse mal, dass das dann nicht eingereiht wird hinten, sondern dann weiter hin vorne. Aber fällt der jetzt raus. Und danach können wir noch einen machen. Okay. Sugarcanes, okay. Die sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Die können wir brauchen, die können wir brauchen. Das ist jetzt nicht verkehrt. Und dann können wir noch zweimal Pumpkin machen. Und den Rest können wir noch nicht verwerten. Cobra ein bisschen und so weiter. Was ich machen könnte, wären Small Medi-Kits. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, wir die jetzt brauchen. Wobei es auch nicht weiter tragisch ist. Haben Seite, haben Seite. Alien Plasma ZR1 haben wir brauchen mit der Alien Plasma CWC. Joa, also das wird zwar das ganze Wasser jetzt erstmal aufbrauchen, aber dann machen wir die mal. So, gib ihm. So, ich baue hier jetzt einfach mal drei Blöcke hoch, dann ein Dach drüber. Die wollten wir in den Kühlschrank tun. Und wo sind sie denn jetzt? Die wollten wir anbauen. Guck, dass... boah, das denn nochmal schon wieder Tollschmer vergessen ist. Die können wir also... Wo ist der Kühlschrank? Ach, ich war jetzt vollkommen verwirrt und dachte, was sind das denn jetzt für eine Wand? Gar nicht mitgekriegt hier. Okay, da hinten sollten wir vielleicht irgendwo noch eine Tür dann noch reinpacken. Das wäre vielleicht ganz nice. Dann fällt man da auf. Ich könnte eigentlich mal hier ein bisschen was essen auch. So. Kann ich alles in den Kühlschrank tun? Äh. So. 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 Und das auch noch? Ja. Ja. Es ist wie gesagt so Unsinnigkeiten wie Türen und Lichter, die kann man dann nachher noch einsetzen, aber... Geht schon runter. So. Geht doch. Dann kann das Beet noch weiter wachsen jetzt. So. Oh, zum Glück hat das ein Team jetzt. Wir können uns halt überlegen, ob wir hier nochmal das Feld jetzt auf 4x9 Größe erweitern, oder ob wir das jetzt so 3x9 lassen. Das bleibt uns dann jetzt überlassen. Ja. Es ist zwecks mir. Können wir da hinten den Acker einfach immer weiter bauen. Und die... Irgendwann ist ja die Größe für uns hier überflüssig groß, ne? Das ist dann... Und die Base, die machen wir halt eher in diese Richtung, wo ich gerade hinbaue. Das ist Pumpkin, das ist Weed hier. Ne doch, das ist Weed. Das haben wir denn noch nicht. Ja, Jens. Könnten wir nochmal ansetzen. Und... Ne? Oh. Aus Durians und aus dem... Dings hier. Ähm... Beeren. Davon... Machen wir uns mal noch welche. Da haben auch nicht so viele Tomatoes, ne? Oder sind das da hinten Tomatoes? Ja, sind... Haben... Ist das denn Tomatoes? Wir haben tatsächlich keine weiteren Tomatoes... Naja, machen wir erstmal Tomatenpflanzen. Okay, wie baue ich das jetzt? Hm... Machen wir... Den Setzling in Hamburg. Fehlt uns ja noch dafür. Dieses Mal möchte ich mal eine hohe Decke einziehen, weil... Irgendwie bei sämtlichen Spielen, man baut immer die Räume so verdammt niedrig. Scheiße. Okay. Naja, wir brauchen noch eine Nutrient Solution. Heißt, ich muss auf jeden Fall Fleisch haben. Heißt, du willst Jagen gehen? Hat sich gerade so angehört, oder? Ich muss. Ich habe gar keine andere Wahl. Ja, wenn ich hier weitere Setzlinge herstellen will, brauche ich eine Nutrient Solution. Und das habe ich jetzt leider gerade verbraten. Oh, wie passend aber auch. Na ja, ich meine, ob ich jetzt die Setzlinge erst herstelle oder erst die Blocke und danach die Setzlinge, ich hätte sie sowieso gebraucht. Ich hätte einen Block und einen Setzlinge erstellen können, aber na ja, egal. Hier war das vorhin noch so ein Wurm, wo ist der hin? Der Wurm? Keine Ahnung, der ist geflüchtet. Sie haben jetzt auch abgeändert, das Remove Tool ist jetzt auch gegen, sagen wir mal, widerstandsfähigere Blocks, so wie ein Cockpit oder sowas. Soll es wesentlich schneller sein, weil das hat ja ziemlich lang gedauert, da was abzubauen in die Richtung. Okay, ich habe gerade was Neues entdeckt. Hast du schon mal auf dem Berg Richtung Kupfermine geguckt, ehemaliger, falls das noch nicht aufgefallen ist? Wieso auch? Die steht hier jetzt nicht mehr. Aber jeder, der gerade bei mir zugeguckt hat, der weiß, was ich hier gerade angucke und warum ich gerade auch gemacht habe. Welche Richtung bist du? Einfach mal Richtung Berg gucken, wo die Kupfermine war. Und vielleicht am besten mal durch die Sword Rifle durchgucken, um sich genauer anzuschauen. Da gucke ich gerade. Ich schaue Richtung Iron Deposit und dahinter ist ja normaler was. Ne, 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 weiter recht, auf dem Berg oben auch. Äh, Large Minigun Drohne. Ja, und dazu noch vier normale? Eine Cannon und noch eine Rocket Drohne. Und nochmal eine Minigun Drohne. Und nochmal eine Cannon Drohne. Genau. Ich habe auch nur irgendwas massig gesehen. Okay. Okay. Äh, ja, dann hätte ich gesagt, äh, munitioniere dich auf. Die machen wir jetzt dann mal kurz fertig. Ich brauche erstmal, ich brauche noch Fleisch. Aber machen wir sofort. Ich will nur gleich mal eben kurz gucken, ob hier irgendwo beim Wasser noch was rumkeucht. Normalerweise kommt hier ja doch immer irgendwas, aber hier läuft auch wieder grad nix rum. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier fertig bringe. Jetzt wird auch gerade wieder hell. Halbwegs. Aber hier läuft nix rum. Vollandieren uns die ganzen Abel, die uns hier alle ab. Muss ich hier einen Hallblock hinsetzen? Wäre schon immer hier gewesen, der Turm. Da ist noch ein anderer, ne? Mhm. Und dann haben uns auch hier hinten die Viecher wieder hingespawnt. Ich glaube nicht. Das Mutterschiff scheint immer noch clean zu sein. Clean, wie sich das anhört. Areas clean. Oder clear, besser gesagt, ne? So, jetzt hier. Ich hab hier mal schon einen schönen Aufgang nach oben. Hier ist nirgends wo ein Tierchen. Ah, ich seh dich. Äh, Laufanimation ist... Hey, jetzt hab ich aber eins gehört. Ach, rechts neben dir müsste ein Dinosaurier sein. Die haben gerade gespawnt. Die waren hier nicht. Ich bin doch nicht doof. Irgendwie hätte ich jetzt Bock hier ein bisschen Drohnenkampf. Na, ich mach grad noch mal ein bisschen Wurmkampf. Wie viel Munition habe ich? Okay, 128 Schuss. Ja, den hast du ja erledigt gerade, ne? Das sollte reichen. Vier ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen erstmal noch ziemlich viel Fleisch vergammeln lassen, leider. Schon ein bisschen vor allem die große Minigun-Drohne, die sieht halt echt bösartig aus. Ja, doch. Muss man sagen. Ich glaube, ich warte mal, bis hier Kollege Möhre kurz ein paar Minuten Zeit findet. Ja, Sekunde. Den Wurm will ich mir noch holen, ja? Wachen! Ach, in dem Moment muss ich noch holen. Danke. Aha. Gott sei Dank hier aber schon unsere Base quasi eingebaut. Das heißt, wenn die jetzt dann angreifen, die Drohnen... Sind wir darin sicher erstmal, ja? Ja, und es hat dir auch mal geheißen, dass eigentlich in der Nacht einen ab und zu mal Drohnen angreifen sollen. In Zukunft irgendwann. Aha. Wolltest du nicht gerade nur noch einen Wurm? Ich mache keinen Wurmplatz, sondern einen Dinosaurier. Jetzt komme ich aber auch sofort. Den ernte ich nur noch eben. Weil ich dachte, wenn jetzt hier schon mal gerade noch einer rumläuft, dann nehme ich den auch noch mit. Ist auch noch ein Wurm und noch ein Dino. Okay, ja, okay. Dann habe ich jetzt nur noch den mitgenommen, weil da hätte es gelohnt. Das waren fünf auf einmal. Sehr gut. Das war immer richtig. Haben wir noch Munition-Nachschub? Haben wir nicht, ne? Derzeit noch nicht. Da musste ich erst noch Magnesium, war es glaube ich, abbauen. Haben wir aber noch nicht. Oder zwei große Minigun-Drohnen und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben normale Drohnen. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwie anlocken können, wenn wir von hier aus irgendwie da rumschießen oder so? Vor allem, ich weiß auch nicht, warum das immer mehr wären. Das sind jetzt zwei große und sieben kleine. Also das ist schon... Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, wenn wir eine anschießen von hier hinten, mit der Sword Rifle, ob die nämlich vielleicht rüberkommt. Können wir eine nach der anderen vielleicht so taktisch ausschalten. Weil ich glaube, alleine gegen die werden wir, wenn wir da reinlaufen direkt, sag ich mal, ziemlich über... Verlieren. Ich stehe so oben auf dem Dach, ich guck mal an. Auf 390 Meter? Ne, ich bin hier unten am... Ich war noch nicht hier oben, deswegen mal gucken. Oh, okay. Ich laufe hier gerade unten einen da lang, aber die reagieren nicht. Oh, jetzt. Ne, 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 das... irgendwas stimmt da nicht, das wären immer mehr. Das sind jetzt schon drei Large und keine Ahnung wie viel. Aber sie stehen bei mir nur irgendwie rum. Ja, bei mir stehen die auch nur rum, aber... wäre jetzt auch nur ein Anzeigefehler. Womit man trifft sie auch nicht wirklich, ne? Ne, vor allem... fehlt mir jetzt dann auch die Munition, die zu bekämpfen, falls die reagieren. Hm. Koppa. Vor allem schau dir mal die riesen... Mini Grand Drohnen an. Ja. Und jetzt dann macht es 100 Pro gleich Bang und das sind nochmal fünf Stück. Ähm... Wir würden das niemals überleben, wenn die jetzt reagieren. Natürlich nicht. Oh. Die hat sich wieder bewegt, oder was? Ja, die ganz rechts, die große hat sich bewegt. Aber ich glaube, das ist eher ein Fehler im System und wir sollten uns da mal weg machen. Äh, wir wollten doch noch mal auf dem Schiff eine Runde drehen. Ja, vielleicht fliegen wir einfach mit Vollspeed an denen vorbei. Ich hab da jetzt irgendwie keine Ahnung. Das macht mir ehrlich gesagt gerade Angst. Ja, das ist auf jeden Fall für uns so nicht einfach zu machen. Wir brauchten so einen Rocket Launcher, dann könnten wir da mal irgendwie so eine Rakete reinjahren. Rocket Launcher, stimmt's? Die sind ja jetzt, äh, der Alte wurde rausgelöscht, den ich aber selber leider noch nicht kennengelernt habe, den hatten wir wieder im Livestream noch hier. Den hab ich wohl mal gesehen, woanders, aber... Wir haben ja auch eine Rocket, die wir aber nicht benutzen konnten. Die hab ich auch das letzte Mal im Livestream auch schon gefunden, die Rocket, die hab ich ewig mit mir rumgeschlört. Ich dachte, vielleicht kommt ja mal was, bis ich sie dann bei uns eingelagert habe. Gibt's jetzt nur einen Eingang? Ja, ist ja blöd, wenn man hier nicht reinkommt. Wohl wahr. Komm mal fertig, ich komme. Danke. Oh, und irgendwie ein bisschen komisch immer, dass man hier alles, was dahinter ist, auch mit demoliert beim Abriss. Okay, äh, wo wollte ich hin? Der ist doch zu stark, der Laser. Der ist gigantisch. Ich will nur mal kurz gucken. Ah, diesen Satz kenn ich, ich will nur mal kurz gucken. Rocket Launcher? Der kostet ja nix. Zwei Elektronik, acht Metal Compounds, ein Control Device. Ja, und wir haben noch eine Rocket, meine ich, in dem... im Ding jetzt drinne, im Aufbewahrungsbehälter. Der ist ja noch gleich. In der Kiste da halt. Ja, da haben wir ein paar mehr drin, glaube ich sogar. Ja, ist fertig noch der Pumpkin da. Ja. Er ist ja jetzt, egal, ab ins Schiff rein. Ich will jetzt ne Runde fliegen. Warte, ich, ich muss noch mein Inventar hinlernen. Essen. Und, äh, Essen brauchen wir hier. Zack, 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 zack. Rüber. Ach, ich sollte mal Sauerstoff tanken. Haha. Jo, dann, äh... Gecraftet werden, ja? Ja, doch, durchaus. Also, das Futter bringt zwar nicht so viel, aber das Geile ist halt, äh, die Murray macht immer relativ viel und dann passt das eigentlich. Ja, in meiner Hoffnung, dass es dann auch reicht, was ich dann herstelle. Keine Ahnung, was das mit den dummen Drohnen da oben soll. Das ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich einfach ein Grafikanzeigefehler, bla bla. Das kann ich nicht erklären. Also, jetzt rein hier in den Hobel. Ja, ich stelle noch eben kurz ein, dass er mir noch zwei Brote hinterher machen soll und dann... Gehen. Nur noch mal schnell Brot in den Ofen. Ja, das mit dem Fliegen hier, ne? Das ist unfassbar. Warte. Mach mal was von hier aus, da wird's gehen. Wenn ich nicht runterfallen würde. Ach, das mit dem Jetpack ist echt noch so schwierig. So, ich sitz drin. Und ich hab jetzt von hinten die Ansicht. Wie konnte ich nochmal die Ansicht wechseln? Ich hab schon mal vergessen. Mit V. V. So, jetzt sieht man's bei mir auch von hinten. Aha. Aha. Äh, okay. Gucken wir nach hinten raus. Nee, kann ich nicht. Machen Sie was? Ich seh leider nix. Ja, aber, aber, aber... Von außen also, aber ich seh... Nee, die reagieren nicht. Die reagieren überhaupt nicht. Mir soll's... Ich reagiere, ne? Mir soll's recht sein. Ja, wenn wir da hingehen können und dass sie sich ohne zu wehren abschlachten lassen, wär natürlich auch was. So, da weg sieht man jetzt schon... Aber da vorne ist eine, die reagiert. Genau, da vorne ist hier mal so ein Turm. Genau, der hat auch Raketenwerfer an Bord, das heißt, der könnte uns hier schön auseinander schießen. Da müssen wir echt aufpassen. Das habe ich nämlich schon gesehen. Und so können wir uns natürlich jetzt wesentlich schneller über den Planeten bewegen. Und so kann man auch, äh, sagen wir mal, Ressourcen anfliegen und die dann komplett abbauen und auch ohne Gefahr hier, wie ich's letzte Mal hier, äh, quasi zu ersticken, einfach wieder nach Hause zurückkehren. Und da ist auch Silikon entdeckt worden. Ah, die wurden zurückgesetzt, die wurden zurückgesetzt. Das heißt, wir können hier nochmal Silikon ernten. Das ist ja halt nett von den Entwicklern für uns. Haben wir nett gemacht. Wenn er jetzt rechts unten guckt, dann sieht man, wenn wir jetzt nur so ganz langsam durch die Gegend gleiten, dann können wir knapp noch zwei Stunden durch die Gegend fliegen mit dem Ding. Genau, das ist so die Energieanzeige. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, Tatsache, die haben das zurückgesetzt. Ne, da ist mein Buddelloch. Da bist du runter. Hm, er ist ausgestiegen. Ja, da bin ich runter. Dann gehen wir auch nochmal umgucken. Hier. Jetzt ist er wieder ohne uns abgehoben. Das ist aber auch einer. Kann ich jetzt von hier hinten gucken, was er sonst nicht mit seinen Düsen verbrennt? So. Nehmen wir ja drin. Ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wer in die Nähe von den Düsen kommt. Ja, der verbrennt jämmerlich. Und Kobalt. So. Äh. Strecke hinter sich bringen. Ja, man muss einfach mal den Planeten hier sehen. Also, es ist natürlich jetzt, äh, es baut sich bei mir relativ langsam immer auf. Ernst, alles muss man sagen. Das liegt natürlich jetzt wieder an meinem Rechner. Ich denke mal, das kann man bei Carmamin ein bisschen besser einsehen. Ich weiß es aber nicht. Ich kenn's ja nicht anders. Jein, jein. Jein, jein. Teils, teils. Also, man sieht schon, dass es auf einmal hier wieder plopp macht vorne und dann baut sich das da ein bisschen auf. Es ist halt auch noch, äh, early 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 alpha. Pre alpha. Pre alpha, genau. Man sieht es da links oben. Pre alpha 2, 2, 1, 0, 1, 48 Gramm jetzt. Also, von dem her muss man da schon ein Auge zudrücken und ich finde das ansonsten eigentlich nice. Das passt so. Genau, die haben sich momentan, machen sie auch hauptsächlich eigentlich erstmal ein Bugfixing. Okay, jetzt, äh, können wir natürlich gerne ein Bugfixing machen, was die Drohnen da oben angehen. Okay, vor allem, hier ist auch grad die eine Drohne, die ist hier voll grad hochgeschanzt. Steht jetzt hier in der Luft. Aber die hätten uns auf der Nähe schon lange angerufen. Und vor allem, wie viele das halt sind, das ist. Ja. Also, den Fehler, den wir da... Okay, eine schießt, zwei schießen. Ach, okay. Ja. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Okay. Nö. Passt, verfolgen die uns. Ich hab extra nach hinten rausgeguckt, hab ich nicht gesehen. Ja. Aber zwei Stück haben geschossen, okay, das macht jetzt nichts. Ich lande jetzt gleich mal oben auf dem Dach hier. Ja. Warum nicht? Da kommt noch ein Landepad drauf. Weil wenn man hier immer vom Boden weg arbeitet, das ist auch... Das ist unser einer nicht würdig. Ja. Oh, schön hier runter. Sanft aufgesetzt. Coole Sache. Nice, nice. Ja, vielleicht gehen wir dann doch nochmal in die nächsten Folge da hoch und versuchen mal die Area ein bisschen zu clean. Wenn jetzt da nur zwei angreifen, die würden wir nur noch schaffen. Wenn Kami nicht dabei stirbt, äh... Während der von der Base runterjumpt. Ne, äh... Genau. Wir können mal versuchen, ob wir da oben was reißen, aber ich... Ja. Und die Möhre. Aber das werden wir dann nächste Folge machen. So, wenn's euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt's auch gern beim Master Möhre himself auch nachgucken. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Andersrum natürlich genauso. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Empyrean Galactic Survival. Ciao, macht's das gut. Hau rein. Ciao.